Hallo ihr Lieben! Corona macht es möglich, dass auch die FEG Homburg einen eigenen Videokanal bekommt. Wir wollen hier keine großen Scharen von Followern generieren, sondern es geht einfach nur darum, dass wir miteinander ein wenig vernetzt bleiben in diesen besonderen Zeiten. Und so wollen wir hier immer mal eine Andacht einstellen oder vielleicht einen kurzen Impuls Gottesdienste in irgendeiner Form zusammenschneiden, sodass ihr das anschauen könnt und so ein bisschen die gewohnte Umgebung auch habt und wir auf diese Weise miteinander in Verbindung bleiben können. Also bleibt dabei, guckt immer mal wieder rein. Wir informieren euch auch per Mail. Bis dahin!